Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um das Thema Steuern, unser aller Lieblingsthema. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch eines der Themen ist, was einfach vielen Leuten Angst macht, weil es natürlich, wenn man noch nie selbstständig war, ein Thema ist, was einen leicht überfordern kann. Also es ist leicht, beispielsweise angestellt zu sein und sich nie so wirklich um Steuern Gedanken machen zu müssen, weil die sowieso schon vorher abgeführt werden, bevor man seinen Nettolohn bekommt. Also sobald man anfängt, einen Gewerbe anzumelden und selbstständig irgendwie Geld zu verdienen, kriegt man auf einmal alles brutto ausgezahlt und muss dann irgendwie was zurückhalten, weil das gehört gar nicht alles einem selbst und so weiter. Und dann gibt es 18.000 verschiedene Arten von Steuern und das kann einen dann schon überfordern. Aber dafür gibt es ja Steuerberater, die einem da unter die Arme greifen können. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann würde ich euch auch raten, einfach auf einen Steuerberater zurückzugreifen. Also habe ich es auch bei mir gemacht. Das sind natürlich gewisse Kosten, die ihr eingeht. Keine Frage. Aber ich möchte euch heute mal ganz transparent zeigen, wie denn meine Steuerberatungskosten aussehen. Denn viele Leute wollen ja irgendwie nicht offen drüber reden. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich nicht offen drüber reden sollte. Und zwar läuft es folgendermaßen. Also ich bin jetzt bei meiner Steuerkanzlei seit, ich glaube, August letzten Jahres. Also jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Und ich möchte euch zwei Kostenpunkte zeigen. Also die haben einmal 2018 meine kompletten Jahreserklärungen gemacht. Also meine Einkommenssteuererklärung, meine Umsatzsteuererklärung, die Erklärung zur Gewerbesteuer. Und ich glaube, das war es dann auch soweit. Also ihr müsst wissen, ich habe zwei Gewerbe. Also einmal das Amazon FBA Gewerbe und dann noch ein anderes Gewerbe, was relativ klein ist. Also da muss nicht viel gebucht werden, da gibt es nicht viel Rechnung. Aber das zählt dann auch mit rein. Das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Und ich habe für meine Jahreserklärung in Summe, die habe ich hier, habe ich 500 Euro netto glatt gezahlt. Also 500 Euro, dann noch 19% Mehrwertsteuer drauf. Das waren meine Kosten für meine Jahreserklärung. Wenn man das jetzt auf einen Monat runter bricht, kann man sagen, okay, für die Jahreserklärung sollte man im Monat 40 Euro netto zurücklegen. So, finde ich jetzt in Ordnung. Also dafür ist dann quasi das Steuerjahr für mich abgeschlossen. Es gab noch ein bisschen Beratungskosten zwischendurch, aber die sind vernachlässigbar gering. Also das waren vielleicht nochmal zwischen 70 und 100 Euro, glaube ich, wo ich einfach nochmal angerufen habe und noch ein paar Fragen hatte. So, und was habe ich an regelmäßigen Kosten? Wie gesagt, ich habe zwei Gewerbe. Ich beziehe mich jetzt aber mal nur auf das Amazon FBA Gewerbe, weil das ist das, was euch interessiert. Und da zahle ich 55 Euro netto im Monat an Beratungsgebühren. So, das heißt 55 Euro weiß ich einfach, die habe ich monatlich fix. Also das ist quasi eine Pauschale und am Ende des Jahres wird geschaut, wie viel Zeit tatsächlich darauf verwendet wurde. Aber das Schöne ist, dass ich mit meiner Steuerberaterin einfach ein System aufgesetzt habe, wo sie echt wenig zu tun hat. Also meine Konten sind angebunden, sie kann sich das quasi alles über Dativ rausziehen. Wir haben die ganze Amazon Buchhaltung ziemlich automatisiert mit einem Drittanbieter und deswegen ist es eigentlich relativ wenig Aufwand, der von ihrer Seite noch zu tun ist. Und deswegen 55 Euro netto. Ich würde euch mal sagen, das Ganze kann hochgehen bis vielleicht 100 Euro netto. Aber das ist einfach so eine Pauschale, die ihr im Kopf haben solltet. Die solltet ihr zur Seite legen, wenn ihr die Steuerbuchhaltung abgeben wollt an einen Steuerberater, was ich euch empfehlen würde. Und das sind soweit die Kostenpunkte. Also wie gesagt, bei mir 55 Euro netto und wenn man es so will, auf den Monat runtergebrochen nochmal 40 Euro netto ungefähr für die Jahreserklärung. Und dann sind wir in Summe jetzt bei mir bei knapp 100 Euro netto, die ich im Monat zu zahlen habe für meine Steuerbuchhaltung. So, jetzt natürlich die Frage, wie findet man einen coolen Steuerberater? Also ich habe es bei mir ganz einfach gemacht. Ich habe Steuerberater Würzburg eingegeben und habe dann geguckt. Das heißt, wenn ihr in München lebt, macht ihr es dementsprechend für München, Steuerberater München und guckt euch dann einfach ein paar Kanzleien an. Jetzt gibt es zwei Optionen. Und zwar ist es so, dass das ganze Amazon-Geschäftsmodell, gerade mit den Berichten, die Amazon einem zur Verfügung stellt, manchmal ein bisschen kompliziert sein kann. Deswegen wäre es ziemlich cool, wenn euer Steuerberater schon ein wenig Vorerfahrung im Bereich Amazon FBA hat. Dann weiß er, wie es läuft, weiß, auf was zu achten ist. Das wäre Variante Nummer 1. Das wäre quasi das Optimum. Oder Variante Nummer 2 ist es, so wie es bei mir gelaufen ist. Also meine Steuerkanzlei hat noch nicht so viele Kunden im Bereich Amazon FBA und ich bin so mehr oder weniger das Versuchskaninchen. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich das Versuchskaninchen bin, geht eigentlich sehr viel Zeit drauf für meine Steuerberatung. Aber mir wird einfach super viel erlassen, dadurch, dass ich quasi der Erste bin und ich so das Testobjekt bin, so ein Stück weit. Also das ist eine eher glückliche Fügung bei mir. Aber ich würde euch empfehlen, natürlich eher nicht auf diese glückliche Fügung zu setzen, sondern zu schauen, dass ihr einen Berater findet, der im Bereich E-Commerce und gerade im Bereich Amazon FBA weiß, was abgeht. Also das könnt ihr ja relativ leicht rausfinden, indem ihr einfach auf die Webseiten geht und guckt, auf was sie spezialisiert sind beispielsweise. Und wenn da schon was steht über Amazon FBA, über Dropshipping etc., dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie euch auch gescheit beraten können. Genau, das war es eigentlich schon zum Thema Steuerberatungskosten. Ich wollte euch jetzt einfach nochmal sagen, wie viel das ist bei mir. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, dann gebt mir dem Video doch einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Haut rein. Ciao.